Herzlich Willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Fablets. Das High-End-Produkt in unserem Fablet-Test geht an das Lenovo Tab M10. Wenn Sie nach einem Tablet suchen, das die ganze Familie glücklich macht, dann ist das Lenovo Tab M10 FHD Plus genau das Richtige für Sie. Eine großartige Bilddarstellung spielt bei digitalem Entertainment und beim Surfen eine wichtige Rolle. Das 10,3 Zoll Full-HD IPS-Display des Tab M10 FHD Plus setzt alle Bilder perfekt in Szene. Das Tab M10 Plus ist nur 8,1 mm dünn und wiegt nur K460 Gramm, das ist weniger als ein Buch. Digitales Entertainment macht erst so richtig Spaß, wenn auch der Sound stimmt. Sei es das sanfte Rascheln der Blätter im Wald bei einer romantischen Liebesszene oder das Donnern der Artillerieschläge im Actionkracher. Das Lenovo Tab M10 Full HD Plus hat einen Bereich extra für Kinder mit einer speziellen Oberfläche und Profilen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das Teclast Tablet. Teclast P20 HD 10,1 Zoll Tablet verwendet UNIS OCS Octa-Core Prozessor, der einen A55 Architekturkern mit an Banne über 70.000 Einheiten, eine sechsfach verbesserte Kieferarbeitungsleistung und ein 24-sekündiges Hochfahren aufweist. Das neueste Betriebssystems Android 1.0 unterstützt die humanisierte globale Gästenberührung und den Dunkelmodus, das Tablet persönlicher zu gestalten. Das Tablet PC unterstützt 4G-Netzwerkgespräche, Internetzugang, so dass Sie gleichzeitig telefonieren und im Internet surfen können. Mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherplatz können Sie beruhigt im Internet surfen und mehr Dateien speichern. Das Android Tablets unterstützt auch TF-Karte zur Erweiterung. Das Metallgehäuse ist mit einem extrem schmalen 7mm Rahmen und einem 10,1 Zoll IPS Full-HD-Touchscreen ausgestattet. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fablet-Test ist das Blackview Tab 6. Tab 6 ist ein Tablet mit Android 1.1 System. Es verfügt über einen 8 Zoll HD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1280x800 Pixel. Tab 6 enthält zwei SIM-Karten-Steckplätze. Stecken Sie die SIM-Karte ein. Sie können jederzeit und überall telefonieren, im Internet surfen oder Videos ansehen, ohne sich Sorgen über fehlendes Wi-Fi machen zu müssen. Der interne Speicher kann mit einer zusätzlichen SD-Karte auf 128 GB erweitert werden. Daher können Sie Ihre Lieblingsfilme herunterladen und Fotos speichern, ohne sich Gedanken über begrenzten Speicherplatz machen zu müssen. Mit einer großen Akkukapazität von 55-80 mAh können Sie den Spaß am Tablet genießen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, können Sie mit dem Tab 6 Videos länger als 6 Stunden ununterbrochen ansehen. Mit der vielseitigen Rückfahrkamera können Sie ganz schnell Unterrichtsstunden aufzeichnen, Dokumente scannen und unvergessliche Momente festhalten. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.